so da bin ich wieder zurück das war kann sein dass ich die aufnahme zwischendurch ganz kurz unterbrechen muss weil ich die tür aufmachen muss weil ich weiß nicht ich hab da nur 50 schuss oder wir nehmen mal die kleine alter dieser one shot gegen zombies hier haben wir alles getötet eigentlich die musik sagt was anderes schnell hier raus dem verraten traue ich nicht safe springen die alle da jetzt auf die zombies safe die wachen jetzt alle auf die zombies safe und er kommt aber sind ekelhaft zu viel frisst das du viel ekelhaft stirb misty Ich dachte, das wäre vielleicht auch One-Shot mit dem Ding. Mist. Jetzt hat es mir aber noch mein Messer kaputt gemacht. Blödes Mistvieh. Alter, ich dachte, die Zombies springen jetzt hier auf und kommt da so ein widerliches Mistvieh, Alter. Alter, und wenn jetzt irgendwo ein Bossfight wieder kommt, und ich habe doch keine Munition mehr. Ungeil. Hehehe. Moment. Huch, hat man das gesehen? Nee. Ich muss das gerade mal hier wegstellen. Da steht im Weg, dass ich das umwerfe. Das wäre ungünstig, wenn das kaputt geht. Eieieieiei. 42 Schuster? Hä? Ach nee, ich kann da auch wechseln auf normale. Nee, 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 nee. Alles gut. Oh, kommt der denn her! Ja, 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 bleib du mal liegen, tschau. Falsche Richtung. Da lang. Oh ja, bleib du mal liegen. Mistvieh, elendes Mistvieh. Leck mich doch. Huch, hier fliegt irgendwo eine kleine Mücke rum. Sau, so ein Mistvieh. Hallo, sonst noch jemand? Möchte noch jemand? Ich habe noch genug. Nicht, bitte nicht. Nein, ich habe nicht genug. Kann man nicht da oben auch noch hin? Hm. Du müsstest das Ding hier aktivieren und dann schnell hinrennen und damit hochfahren. Tape-Room. Hier sollte eigentlich nichts passieren. Äh, 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 äh. Ähm, 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 hallo. Äh, blöd ist graut. Äh, grün ist graut. Kombinieren. So, wieder zwei heile Dings. Achso, wir können ja mal hier, wo ist denn das hier? Nein, das ist lauter graut, 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 graut. Warte mal, die GM, das ist aber nicht die GM, nee. Warte, was ist denn die GM? Hm. Keine Ahnung. Ich habe zweimal hoch. Ach, pass mal up. was ist hier ab? Ich kann doch hier kombinieren mit dem und dann krieg ich Munition raus. Mit dem hier kann ich auch kombinieren. Warte, warte, warte. Hä? Warte. Ich kann doch da, ach, das ist Munition. Achso, ich dachte jetzt, aber ganz ehrlich, jetzt mal im Ernst, ne? Blau ist graut. ne, jetzt mal im Ernst, jetzt mal ernsthaft, ähm, äh, das Nadelgewehr, das lege ich jetzt mal weg, weil, bis jetzt finde ich es noch ein bisschen unnötig. Blau ist graut, blau ist graut, blau ist graut. das kannst du können. Blau ist graut, 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 grün ist graut. Blau ist graut, blau ist graut, blau ist graut, grün ist graut. Zweimal blau kann ich nicht kombinieren, oder? Kombinieren? Ne. Natürlich nicht, warum auch? bocht doch kein Mensch. So. Blau ist graut, nein, blau ist graut, blau ist graut, grün ist graut. Äthelste Brä, äthelste Brä, äthelste Brä, äthelste Brä. Keine Ahnung, ich sortiere gerne. Misch, 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 misch. Kampfmesser, Schulterschaft. jetzt haben wir nämlich die Sachen, die hier alle abgehakt sind, da unten, da untereinander eben so. Ne, und davor haben wir noch dieses Elektronik-Bum-Bum. Schießpulver, ganz nach unten. Spreicht mal Munition für das Ding hier. Da bräuchte ich mal Munition. Hm. Hm. Das Ding weiß ich ja, haben wir anscheinend auch noch nicht ganz ausgenutzt. Nachladen. Warten wir mal ab. Nachladen. Schlagt mal alle durch. So, hier. Zack, zack. Ja, da geht er nicht. Und dann nehmen wir mal die Pistole in die Hand. Moment. Wann macht die denn hier die Lampe an? Hier ist doch Licht. Da. Da. Gut, da nicht, aber. Naja. Äh, zwei Dinger. Bloß die Frage, wo die hinkommen, ne? Ich mach den mal hier. Den da rein. Und den da rein. Und das ist... Das ist nicht meine Stärke. Muss ich dir irgendwie in der richtigen Reihenfolge sortitieren? Kanalisation. Ach ja. Wir haben ja noch ein Code. SZF? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Kackding war. Wir haben ja noch ein Code. Kommen wir uns später um das Rät. Ich will noch mal gucken, wo der scheiß Schließfachschrank war. Wo wir den Code für haben. Wo war denn der? Da war er nicht. Da kommen wir nur zur Seilbahn. Wo war denn der? Natürlich. Das Maul jetzt. Verreck. Arschgesicht. Da unten. War das vielleicht da oben? Sag mal. Kennt ihr das, wenn man irgendwo so ein kleines Mückchen sieht? Also jetzt keine Schnake, sondern einfach nur so ein kleines Mückchen oder sowas und denkt, das krabbelt jetzt überall auf einmal rum und auf einmal juckt es einen überall so, so. Ach ja, hier war ja das. Hier komme ich ja nicht durch. Hier wäre ja vollkommen unnötig. Hier komme ich ja nicht drüber, ne? Schei. Scheiße. Warum gibt es das? Warum gibt es das? Warum gibt es das? Wo war denn dieser Verkä... Dieser mistige, blöde... Schließfach... Schrank. Hä? Du stöhnen und lauf, du! Nein. Wo war denn der? Warte ich nicht hier hinten schon mal. Ach, guck mal einer an ne Granate. Von der Renate, ne? Das ist nicht sehr nützlich. Naja, am Ende haben wir jetzt lieber gewesen wie so ne blöde Granate, aber prrrr. Hey, ich will nicht meckern, ne? Ja. Ja. Ach, ja. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Da ist ja auch noch so ein Müll. Miss Phil! Nein! Die! Die! Ich wollte jetzt nicht die Pustolen-Munition dafür verschwenden, weil... Die haben wir auch noch nicht, ne? Nee, aber noch gar nicht. Glaube ich. Wahnsinn! Eine Türe! Perfekt! Hä? Äh. Ach doch! Ja, hier gehen wir jetzt wieder nach... Da oben rein. Da in das... War da der Schrank? Ey, ich weiß es doch nicht mehr. Liegt hier überhaupt noch jemand eigentlich? Jopp. Echt jetzt? Da lebt noch jemand. War hier der Schließfachschrank? Ja, hier war das. Der müsste jetzt aber tot sein. Jopp. Ist er. Naja. Hoffe ich. Mal. Nee. Ja, 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 ja. Äh... SZF. S... Z... Nein. F. Hm. Hm. Was haben wir da jetzt? Ne Leiche. Immerhin. Da beschwere ich mich nicht. 100 Schuss. Das ist in Ordnung. Das, äh... Das ist okay. Da will ich mich noch nicht beschweren. Gut. Dann haben wir das auch. Wunderbar. So gefällt mir das. Speichern. Äh... Ja, er ist auf dem Spiel. Meine Nase juckt. So, wie zum Geier kriegen wir jetzt dieses... Ich kann halt Schach überhaupt nicht, ne? Ich kann jetzt nicht sagen... Jo, wenn das hier jetzt der Bube... Dann kommt danach... Äh... Das ist auf jeden Fall der König. Den lass ich mal da. Das ist die... Das müsste die Dame sein. Turm und... Ah ne... Springer ist ja hier. Night Plug. Gibt doch keinen Hinweis, dass es vielleicht grün leuchtet oder sowas, wenn es richtig steckt oder so. I don't know. Oh! Was ist das denn mit so einem... Schlitz da in der Mitte? Ja, in Form einer Schachfigur. Das bringt mir ja viel. Da vielleicht der und da vielleicht der Turm. Ich kann Schach nicht. Da steht auch nie... Ich hasse Schach. Ich kann noch nie Schach. Öh. Achso, da ja, waren wir ja schneller. U-Bahn-Tür, bla bla bla. Bla 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 bla. Oh Gott, im Himmel. Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame. Prächtiger als ein Springer. Gemütlich wie ein Bauer. Und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. WAT? Ich habe doch keinen Plan. Gevius. Corona, wie... Mit den Steckern die Tür öffnen. Ach, halt dein Maul. Hier hatten wir die Ehre an der Kanalisation. Schöne Stellung. Und dann setzen uns im Grund für eine zweite Arbeit. Ich glaube, dass es noch sein kann. Und der wird es sein müssen. Nur weil... Unsere Arbeit ist eleganter als eine Dame. Prächtiger als ein Springer. Gemütlich wie ein Bauer. Und ein echter Gewinn für alle Beteiligten. Was soll ich jetzt daraus schließen? Ich weiß es noch nicht. Prächtiger als ein Springer. Was ist denn Prächtiger als ein Springer? Was ist denn Prächtiger als die Dame oder der König? Schraffet nicht. Die zwei vielleicht tauschen? Kriegst du auch keinen Hinweis, ob das jetzt richtig ist oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Turm und Springer sind an derselben Wand. Turm und Springer sind an derselben Wand. Also der Turm ist hier rüber. Turm und Springer an derselben Wand. Ein Läufer und Dame nicht nebeneinander. Läufer und Dame nicht nebeneinander und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das ist doch die Dame hier, oder nicht? Was ist das der König? Ne, das müsste die Dame sein. Also der Turm ist auf jeden Fall da. Dann ist das doch der König und das die Dame. Ich komme gleich, Sherry. Ich muss noch 50.000 Rätsel lösen. Aber gleich habe ich es geschafft. Das kann sich nur um Stunden handeln. Ich bin schon. Das ist das. Das ist das. in scherrii und scherrii ich komme scherrii d schluss Blaues Kraut. Ich schmeiß das gleich weg. Ganz ehrlich, was soll ich mit dem Kack? Blaues Kraut, blaues Kraut, blaues Kraut. Ich krieg gleich einen Anfall. Guck dir mal an. Blau Kraut. Was soll ich damit? Das kann doch nicht wahr sein. Also, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Was soll ich mit dem ganzen blauen Kraut? Ah, hier steht schon wieder so viel Stuff rum, ne? Das klingt für mich nach BOSWEIT. BOSWEIT. Guck ich gleich gucken. Ich will erst mal hier. Geh ich da zufällig rein? Bestimmt nicht, ne? Oh. Doch. Hallo? Gebt hier zufällig was? Munition oder so? Nützliche Sachen? Nicht so ein blödes Kraut. Kraut. Kann ich mir nicht in Zeitung machen? Okay. Rot und Grün, aber... Do real. Wir machen. Wir machen. Wir machen. Wir brauchen. Wir machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020